machen wir noch eine runde warum damit du dann zwei folgen für deine aufnahmen ich bin dran oh mein gott da werdet ihr wahrscheinlich nie drauf kommen aber ist mir egal der mehrzweckreiniger jeder der damals die alitels folgen geguckt hat weiß bescheid was das ist was für deine folge bratwurst nein keine bratwurst auf alitels habe ich jetzt nicht so das ist noch aus den ganz ganz alten folgen ist schön dass du das weiß wenn wir es nicht wissen okay dann halt nicht ja nein sicher und du meinst jetzt in der spaghetti bolognese dann bist du schon das wort das ist nicht das krümel monster nein aber du hast gerade was anderes gesagt ja monster nein du hast davor was gesagt ich werde es jetzt nicht wiederholen ja du hast davor was gesagt ich hab's nicht geschrieben die periodenmonster ist falsch so weit so weit ein tipp geben man kann es essen ich bin ich habe hier alles klar schönen abend noch dank euch was Das fliegende Spaghetti Monster, Basta Bari! Ja gut, ja gut, daran kann ich mich dann doch noch erinnern. Ja echt? Cool. Ich nicht. Hey, du hattest 3 Gläser, jetzt hab ich nur ein halbes Glas. Vielleicht die war die letzte? Du bist halt zu langsam. Bin ich zu langsam? Du bist zu langsam. User level is moved to your channel. Tschüss. Ah ja. Okay. Ähm, boah. Was ist jetzt passiert? Okay. Sind alle irgendwie, hä? Ne, ne, alles gut. Ihr seid geplatzt. Ja. Peng. Boah! Du Feuerball, Juga! Boah! Verdammt, ich mach das anders. Knuck, knuck, who's there at the door? Das ist eine Hose. Eine Hose mit offenem Reißverschluss. Nein. Und da drüber ist definitiv der Knopf zum Hose zu machen. Also der Hosenstall. Nein. Und? Oh, keine Ahnung. Der hat die Wörter gelernt. Er hat mal das eine rot und das andere blau. Ja, gut. Ich hab ne Ausrede. Ich bin... Ähm. Ich hab keine Ahnung. Okay. Das ist auch ein bisschen... Loom. Das braucht mehr Glück als Zufall. Mach... Ah. Okay. Mach doch ein Plus und ein Minuszeichen. Entschuldigung, ich wollte mit dem Ohrklammer machen. Ähm, ne. Weißt du, die, die jetzt gerade meckern, ne, sind noch beschissener zu malen. Was? Was? Pac-Man. Ja! Au. 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 Aber das war eine Sache, man. Genau. So. Das ist so. Das ist so. Ist das so. Oh mein Gott. Wie nennst du mich manchmal, mein Schatz? Riethof. Hawk. Banana. Tollpatsch. Banana. Nein. Minion! Ich hab's noch geschafft. Gut. Dann macht sie einen Minion. Scheiß fucking Minion. Ich mag Minions. Banana! Ich bin nicht größer als die haben. Aber immerhin größer als irgendwas. Aber immer noch kleiner als Atombombe. Boom! Das Tingle Tangle Bob. Was? Ähm. Also es gibt's hier um die Frisur, ne? Das passt auf dich, ne? Das ist ein Afro, oder? Hab ich schon gesehen. Ansonsten sieht das so aus, wie wenn ich jemand auf den Kopf bleiche und das runterläuft. Das sieht aber echt aus wie Tingle Tangle Bob. Jaaaa. Schwarzkopf! Ja, mehr kann ich nicht zeichnen. Das ist das Weite. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Erik! Ne? Gut, ne? Oh mein Gott! Alter! Jetzt nicht... Ist da das N-Wort bei? Nein, ist es nicht. Aber mehr wurde gerade von... Ich hab ein Wort geschrieben und da stand drin, es ist close. Und ich dachte... Alter! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Echt jetzt? Move! Okay! Paschiert! Rev is Chosing a War! Chosing a War! Oh leu! Ja, man sollte auch nicht mit Weiß zeichnen, sondern mit Schwarz! Das wär ne gute Idee, wenn man schlau ist. Wenn... Du bist rassistisch. Wenn man schlau ist. Wir sind alle schlau! Fabi nicht! Ich dachte die mit den wenigsten Punkten. Ich dachte die mit den wenigsten Punkten. Ich kann mit anderen Sachen... Ja... So? Uah! Verdammt, das wollte ich nicht! Hast du gerade dein Gesicht? Einmal, äh... Nein, aber es hat auch... Es hat nicht mehr losgelassen! Verdammt! Ist zwar ein bisschen scheiße, aber egal. AHAHAHAH! Oh, schiefgesprach! Nein! Ist das fucking Tic-Tac-Toe? Nein! So ist das Feld, ne? Robin! Denk an TFT! Ich weiß! Muss euch da auch ne Chance lassen, oder? Ja, sagt man dann, ne? Ja, nee! Ist klar! Ja! Oh mein Gott! Mann, ich hätt's als erster rausfinden können! Was? Rotz! Alter! Scheiße! Mann! Das sind schon wieder so lange Wörter! Äh... Was soll der Rotz? Nein! Wieso steht da Klaus bei mir? Oh nein, witz! Bei mir steht gerade Klaus bei Reizwäsche! Jetzt bin ich am überlegen! Nein! Ist das so ein Tittenfreie Oberteil? Nein! Ah! Das ist die Innenstoppfütterung, oder? Nein! Ist das so ein Jumpsuit? Nein! Guck doch mal, das vorletzte Wort... äh... Buchstabe ist ein S! Also das vorletzte Wort ist... äh... okay! Also bei einem ist so ein... so ein... Er hat's bestimmt schon gewusst und hat's einfach nur nicht eingegeben! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Weil ich weiß gerade, was sie zeichnet! Daran muss ich jetzt denken! Danke mein Schatz! So oft wie ich mir darin schon die Daumen geklemmt habe! Das schmeckt der Holzkuli eigentlich so salzig! Warum? Warum wirst du... Willst du mich verarschen? Elli, merk dir! Elli, merk dir! Es krimiös! Alles mit scharfem S, was irgendwie Doppel-S ist! Das war aber ein Doppel-S! Nein! Das Wort war mit... scharfem S! Jaja! Hat man in der Schweiz über ein schwarzes S auf der Tastatur... Ein schwarzes S? Wow! Ich hab euch eure Aufragung! Alles klar! Ein scharfes, wollte ich sagen! Verdammt! Scharfes! Schwarzes, scharfes! Was soll das werden? Darf ich nicht sagen, Farkuli? Lul? Ja! Wisst ihr? Ja! 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 Okay. Yeah, it's okay, it's lost. It's lost. Nein, das ist kein Fisch. 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 Ich glaube, wenn ich das... Ja, Ellie versteht es aber nicht. Mother of all warms. I don't know. Wow. Wow. Kennen die halt in der Schweiz nicht. Nein, wir sind halt normal. Ich mach das jetzt mal anders. Ich mal nicht das, was ich eigentlich hätte malen sollen dabei. Ich mach das jetzt mal anders. Ja, ich smile gerade über dem rechten Rand. Ich hab keinen Bock abschließen zu malen. Hm. Was steht da? Potenz? Nein, Partei. Auf die. Hauptsache die da rein, ey. So war die auf die Socklung bei Europa war. Ich weiß. Wie heißt das auf Deutsch? Wie heißt das denn auf Schweizer? Frisch. Oh. Willst du nicht die CDU, alter? Nie mehr CDU und nie mehr SPD. Grüne vor Grünen. Ich hab allein weder Reda die Piraten einfach mal so. Glücks und Döllerei so. Ich glaube, ich habe die Rentnerpartei gewählt. Ja, dann gehst du rein. Oh. Okay. Was? Du hast geguckt? Ich hab nicht hingeguckt. Du hast mich sogar die ganze Zeit beobachtet. Ich will mal was Neues zu trinken. Ist das dein Ernst, Robin? Ich hab jetzt nicht hingeguckt. Doch, hatte ich. Nein, ich schwöre. Nein, hab ich nicht. Ja, ja, ja. Du hast mich die ganze Zeit beobachtet. Oh. Hä? Okay, es sieht auch ein bisschen komisch aus. Fl- Fl- Ja. Er hat geguckt. Er hat safe geguckt. Genau. Der hat safe geguckt. Der hat safe geguckt, ey. Das soll ich dir jetzt glauben. Hahaha. Kondom. Hahaha. 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 Ich geh zahnte Vagina. Was? Hahaha. Alles klar. Keine Ahnung. Das ist wichtig. Uff. Das ist wichtig. WCF Das ist da unter dem Abgrund Hängt da ein Hammer in der Luft? Nein, das soll ein Pfeil sein Ein Pfeil Ich bin am Rauchen und muss mit der linken Hand zeichnen Rauchen mit der linken und zeichnen mit der rechten Äh, ne, Aschenbecher Aschenbecher ist auf der rechten Seite Felsen? Also da hätte ich lieber ein Stück Stein im Wasser gemalt Das ist kein Felsen, das ist ein Stein im Wasser Doch, der Felsen in der Brandung Ah, ja Dinger, du musst mal romantisch denken Pfff, romantisch Ihhh, romantisch Deshalb seid ihr auch alle so ganz, ganz, ganz schwierig drauf, alles klar Nee, ich bin nicht schwierig, Frau Das sieht aus wie ein Kanadier aus Housepack Oh, das geht sich darum, wo du da drauf sitzt Oh, wie heißt die so scheiß nochmal Ah, ich hab's Ganz simpel, nicht zu viel denken Dein Ernst jetzt Da fehlen ein paar Haare dran Da fehlen ein paar Haare dran Oh Gott, nein Nein Wüsste das nicht umgedrehtes Zeichen sein? Bei ihm hängen sie schon Ach so Was riecht denn hier so strenge? Es ist wohl sein Gehänge Wippsack Fischfrack Oh mein Gott Wie soll ich das denn machen? Weiß ich nicht Nicht? Ich auch nicht Okay Mach mal einen Daumen nach unten, ne? Du bist ja Oh Hey, Buchstaben Was soll das denn? Was ist das? Frag mich nicht Das ist kalt Oh man Ja Das k ist groß Verdammt Wo ist denn da ein k? K, ich hab's Also Das hier ist aber ein Männchen Das seht ihr hier vorne, ne? Ja Gut Okay Dann ist hier hinten noch so ein Rad Und Echt? Jetzt, das sieht man doch Ne, man sieht's nicht Glaub ich Doch Meine Kinder zeichnen das auch immer so Ja, siehste Ich glaub ich weiß, was es ist Wir haben vergessen LKW? Verdammt, ich hätt ne dreispurige Autobahn nehmen sollen Und dann einfach rechts Was fährt immer auf der rechten Seite Okay Das, das, das Das, das, das Eric Zeichne ge Zeichne jetzt für dich Das, das ist so passend Okay Weiß für den Eric Kaum nach unten Es ist so passend Was ist so passend Der ist so passend Was ist das? Hä? Er hat's gut gezeichnet. Fabi weiß es. Wie gesagt, das zeichne ich jetzt für dich. Warum für mich? Wegen diesem LKW! Ja, wegen dem LKW hat man schon Tränen bekommen. Mein Gott. Mein Gott. Sei doch nicht so egoistisch. Ich fand's gut gezeichnet, na? Bin ich egoistisch? Dann sag UNSERGOTT! Nö. Wieso zeichn das für jetzt ein Blauschatz? Weiß ich nö. Das Blau irritiert mich voll. Das sieht aus wie ein Sekt. Nein. Nein. Hä? Nah dran, nah dran. Ich muss ja jetzt dran denken, das erste Gebäude was... Wodran wir vorbeigelaufen sind, wo wir nicht besucht haben, Erik. Das erste Gebäude ist ein spezifisches Gebäude. Äh... Da wo auch dieser Fresstruck vorstand, wo man kostenlos essen kann. Keine Ahnung. Ah... Okay. Naja, besser ging's jetzt nicht. Naja, lass das Blau weg. Ja, tut mir leid. Wieso, nachdem wir kein Blut mehr haben, werden sie Blau? Oder Fals? Eigentlich eher Fals, wollte ich gerade sagen. Okay... Nein. Oh, wo war das nochmal? Wirklich? Okay. Echt jetzt? Jungs? Ich esse nicht so viel Süßes. Nein! Farber hat's gemacht. Ich hoffe, ich mach's jetzt richtig. Oh Mann. Oh Mann! Gott, Elli! Was denn? Was denn? Oh Mann! Boah! Weil sie meint, sie sah so einen Millimeter-X dahin. Und die Xbox ist eine Konsole, sie steht von Natur aus. Ach, ich hab sie mal hingelegt. Warte! Heute läuft ja. Sicher, dass das die richtige Richtung ist? Nein Ist ja auch Latte Oh Gott, da hat Tatarin aber letztens besser gezeichnet Mann, Mann, Mann Oh Gott Das ist alles scheiße zu zeichnen Kein Pokémon Nein, das ist nicht Groot Da war ich ein bisschen schneller als Elli Dass ich das überhaupt wusste, weil ihr habt ja andere als wir Ernsthaft? Mhm Okay, ihr habt die R1 Variante, ne? Hab keine Ahnung Aber dass ich das wusste Alleine da Das ist dann da dran, zum Beispiel sowas Es sieht aus wie der Star-Lord So ein bisschen So steht Das war halt Das ist ein gute, ey Du hast doch geguckt Nein, hab ich nicht Ich hab wirklich nicht geguckt Ich hab mittlerweile schon einige Flaschen dazwischen stehen Das ist sehr verkackt Ja, ein bisschen Du weißt es natürlich schon wieder Ich war früher dran Ja, aber Robin hat geguckt Nein, hab ich nicht Wenn sie sagt Elli Das kann doch was weibliches sein Ja Kann aber auch So sein So Das hat nicht so'n G-Punkt-Vibrator mit der einen Welle nach Nein Ich frag nur Du musst dich ja auskennen, Robin Hä? 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 Ein Kotstift Noo! Oh Gott, ey Ich trag nicht so viel Lippenstift Komisch, du siehst aber einfach aus Als würde man Wenn man dich klatschen würde So eine Mehlwolke existieren Mehlwolke Hätte gepasst von dem Buchstaben Und sie ist dran Okay Okay Oh Ah Was Da noch Sackhaare Alter Hä? Wieso mal? Hä? Nimm das Wort jetzt auseinander, ne? Okay Hast du gerade nach unten geguckt, Schatz? Oder wie kamst du drauf? Nein Glaub ich nicht Oh Oh Scheiße Mann Wetten wir das Wort ist Loch Nein Nein Hätte ja gepasst Hätte ja gepasst Hätte ja gepasst Soll das auch in dieser Diagonale sein? Das ist scheißegal, ich muss das erstmal fertig... Ich muss das erstmal dicht zeichnen, um das richtig zu zeichnen Dicht zeichnen, okay Okay Haps Hört man Ganz laut mit so einem... Echt? Echt? So, fertig Mir kommt kein Ton Lack Ach Ist auch ausgeschaltet Ne Loch ist es wirklich nicht Ach... Ach... Ist doch gut gezeichnet, oder? War endlich? Ja Der sagte mir die ganze Zeit, Lack ist close Bei mir auch Ich bin nicht letzte... Ich bin nicht letzte... Ich bin nicht letzte... Alpt, endlich ist immer noch vor mir So, ich muss mal eben auf Klo Und für mich war's das Bye Jo, bei mir auch Bin dann auch aus Bye bye YouTube Bye bye